Herzlich Willkommen zum Codezauber 2 Video, Verzaubere sie alle, und das Ganze basiert auf dem XRU-Spiel von Jens Gallenbacher, Abenteuer Informatik. Gerade eben haben wir gesehen, wir können mit Hilfe von unseren Paritätsbits, die hier in der Spalte und hier in der Zeile liegen, erkennen, wenn hier was ungereimt ist, dann finde ich da eine Karte, die falsch ist. Man könnte jetzt auch sagen, wenn du dir das nämlich mal anschaust, dann sind das alles Einsen und Nullen. Ja, und das kennst du schon irgendwoher, das ist wahrscheinlich ein Bit. Das heißt, ein Bitfehler werden hier erkannt und korrigiert. Achtung, erkannt und korrigiert und können korrigiert werden. Wir finden ja die exakte Position. Nun gehen wir mal weiter. Hier drehen wir eine Karte um und drehen noch eine Karte um. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir mit Hilfe von unseren Paritätsbits erkennen können, wo die zwei Kärtchen umgedreht wurden oder ob überhaupt ein Fehler vorliegt. Also, gucken wir mal die erste Spalte. Eins, zwei, drei, vier. Null passt. Zweite Zeile. Eins, eins ist schon gerade. Null passt. Eins, 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 null. Null, also drei und null. Da ist irgendwas falsch. Dann die vierte Zeile. Null, eins, null, null. Eins ist ungerade. Also ist hier auch irgendwas falsch. Dann in der fünften Zeile. Eins, null, null. Ah, vier. Okay. Ist vier. Also passt. Jetzt machen wir weiter mit der nächsten Zeile. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Jetzt in diese Richtung. Passt. Eins, zwei, drei, vier. Hier auch. Eins, zwei, drei, vier. Passt. Eins, zwei, drei. Mit ungerade. Passt also nicht. Hier haben wir fünf Nullen. Eine Eins ist auch ungerade. Passt nicht. Keine gerade Parität. Und eins, zwei, drei, vier. Ist in Ordnung. Ist gerade. Und eins und eins ist gerade. Passt. Also. In diesen zwei Zeilen, beziehungsweise in diesen zwei Spalten, stimmt irgendwas nicht. Können wir mal markieren. Das heißt, irgendwo hier. Irgendwo dort. Oder irgendwo hier. Und irgendwo dort muss was falsch sein. Machen wir das Ganze mal ein bisschen kleiner. Denn man muss sich irgendwo für entscheiden. Gucken wir mal hier. Und zwar. Wir fangen mal hier links an. Als erstes. Wenn ich jetzt sage, ich drehe eine Karte um. Und zwar diese hier. Das hast du gerade gesehen. Ich mache da mal eine kleine Markierung dran. Die haben wir umgedreht. Dann stimmt diese Zeile. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Null passt. Und diese Spalte stimmt. Eins, eins. Alles klar. Als nächstes drehe ich mal diesen hier um. Auch eine kurze Markierung dran, dass du es erkennst. Dann überprüfen wir mal. Für diese Zeile hier. Eins, eins. Passt. Ist gerade. Und für diese Spalte. Eins, eins, eins. Sind vier. Ist auch gerade. Passt. Also das hier würde stimmen. Nun schauen wir mal hier in unserem zweiten Karree. Das ist jetzt wieder in der Ausgangsposition. Wo dieser hier und dieser hier vertauscht wurden. Wenn ich jetzt hier eine Null drauf lege. Markiere das auch mal. Hier haben wir eine Null hingelegt. Dann habe ich eins, zwei. Ist gerade. Null. Passt also. Wenn wir hier schauen. Eins, zwei. Ist gerade. Passt also. Nun drehen wir noch dieses Kärtchen hier um. Nächste Möglichkeit. Wir gucken wieder in der ersten Spalte. Eins, zwei. Ist in Ordnung. Ja. Ist gerade. Und jetzt gucken wir noch in der Spalte. Eins und eins und zwei. Ist also. Auch in Ordnung. Und du siehst. Wir haben. Beides mal. Unterschiedliche Bits umgedreht. Weil es wurden ja zwei verändert. Das wussten wir ja. Aber. Und das kann ich auch erkennen. Das habe ich erkannt. Ich hatte ja hier die falschen Daumen. Das hat nämlich mit der Parität nicht gepasst. Aber jetzt sehe ich. Hm. Das könnte beides richtig sein. Das heißt. Ich finde nicht eindeutig. Ähm. Welches. Jetzt. Richtig ist. Theoretisch sind nämlich beide richtig. Sehen wir hier an unseren Haken. Das heißt. Als Ergebnis. Zwei Bit Fehler werden erkannt. Ganz wichtig. Aber nicht korrigiert. Und das möchte ich. Dass du auch mal ausprobierst. Das war jetzt erst mal ein Beispiel. Aber du kennst jetzt die Regeln. Wie das funktioniert. Mit dem Erkennen von Bits und so weiter. Und jetzt möchte ich. Dass du mal schaust. Ob du vielleicht eine Möglichkeit findest. Ähm. Wo man es vielleicht doch schafft. Und wir haben jetzt nur eine Möglichkeit angeguckt. Also. Viel Spaß dabei. As лож ist einfach. Und wenn es muss sich das. Dann geht es. Dann gehen wir. Dann geht es. Dann geht es. Vielen Dank.